ARD Text im Auftrag von Funk Hallo und herzlich Willkommen in Brombo Stativ Aber ist das ein roter Punkt? Oder ist das ein Multi-Sight-Sicht? Der Mutti hat Nasenblut, ich hab da gesagt Das ist ein roter Punkt Ich gehe jetzt hier und gucke, ob du es aufgemacht hast Nein, mach das nicht, ich mach das Und du hättest wieder nur ca. 10.000 Kalorien verbraucht Jetzt fuhre ich ca. 3 Stücker Sachen töten Was ist denn, wenn da Aufnahme steht? Nehmt es dann auf oder ist es dann bereit zur Aufnahme? Steht immer das, was es nicht macht Da steht Aufnahme Wann? Sag die Uhrzeit Aber komm, bring's eher, das kriegt doch einfach auf die Uhrzeit Ob es so nicht mehr klar oder was Ey, wir spielen nächste Woche Ey, wir spielen nächste Woche in Eschbach Bis dahin muss es fertig sein, ne? Wo? Eschbach Achso Alle Glück Nachher Nachher, manche, nachher Ein paar Stunden Aua, schon wieder versammelt Gucken wir bitte, ob es aufgenommen heute, froh Spulen wir mal zurück, aber dann wissen wir immer ja nicht, ob es aufnimmt, ne? Und übernächste Woche spielen wir ihn Es nimmt auf Wo spielen wir übernächste Woche? Friedelsheim Rock am Weyer Und damit ist kein Weyer gemeint, sondern Ein Rest des ehemaligen Stadt- oder Burggrabens Danke Sebastian Ein Stückchen Wasser Ehemaliges Wasser Es ist noch Wasser, da lösen wir mich aufs Weyerstechen Für den ersten Tag auch Ah, das ist wie ein Pornofilmer, Weyerstechen Der Weyerstecher von Friedelsheim Es ist verboten Woche, so Fleschmops zu machen, gell? Fleschmops? Kennt ihr das nicht? Fleschmops? Du bist doch der Fleschmops Sagt es deinen Eltern, dass es kaputt ist Fleschmops zu machen Fleschmops zu machen Den finde ich gut, der muss neu Unglaublich Aber wer schneit denn den Scheisskacken? Wer schneit den wieder raus? Das ist der Fleschmops Der ist jedes Mal gut Ich dachte, der kann schon eine Frau mal erzählen Ich lache dir